Kritisiert wurde, kritisiert, aber ich bin ein richtiger Missgeburt. Ich schmuck Todes zurück, ich bin ehrlich. Auch in der Schule, ich schmuck auf. Ich schmuck zurück, ich schmuck halt nicht zurück. Deine Meinung für Sammy? Boah, mag ich gar nicht. Bruder, Sammy auf jeden Fall Herzenswert. Das wird schon abgeblasen, Bruder. Aber ich mag sehr gute Musik, aber auch sehr, sehr lustig. Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von heute. Für heute kommt der zweite Teil von YouTuber nicht erraten, sondern YouTuber bewerten. Und zwar haben wir heute drei gute, schöne YouTuber. Zwei davon sind auch Cousins, familienmäßig. Und zwar, der erste YouTuber ist, Elias, willst du sagen? Ich kann anfangen, Bruder. Und zwar würde ich heute gerne über ABK reden. Meine Meinung ist ABK, er ist voller Otto, ich finde den gar nicht witzig. Aber eins müssen wir ihn lassen, rappen kann der. Das haben wir uns. Auf jeden Fall. Emen, was sagst du, Bruder? Okay, also einer der größten Herzensmenschen, die ich jemals kennengelernt habe als YouTuber. Und sympathisch, witzig. Und er nimmt einen so auf, als wäre es ein Familienmitglied. Und das schätze ich sehr, 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 sehr an ihn. Sehr stark. Das ist auch schön, weil er oben war sehr, sehr, sehr. Aber inzwischen, ich glaube, ich habe nicht mal die Schild von seiner Mutter, sondern das ist einfach dein. Dieses Paradies liegt unter ABKs Füßen. Stach, mein Mann. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Okay, was sagst du, Mahran, über ABK? Okay. Boah, also ich kenne ABK noch nicht persönlich, aber wir hatten schon schöne WhatsApp-Audios zusammen. Und der kommt ja auch sehr sympathisch über, ist ja auch witzig. Und ja, ich mag ihn sehr. Ich liebe dich, ABK, mein Schatz. Du hast einen geilen Bart. Was für Angst. Du hast geile Locken, geile Bart. Okay. Hat jemand einen Kritikpunkt an ABK? Ja. Welchen? Was wäre denn? Er atmet zu viel. Er atmet zu viel. Also meine Meinung ist, dass Mahran öfter atmet, damit seine Gehirnzellen besser versorgt wird. Aber deine Story ist total witzig. Er hat sich an den Dorn stoppt, mein Mann. Er will. Also meine Meinung über ABK ist auf jeden Fall... ABK, Bruder. Was hast du gesagt? Ja? Der hört dich. Ich habe gestern auf ABK reagiert. Ich wollte das heute hochladen. Einfach. Einfach orange. Einfach. Corona-Video? Einfach. Nee, nee. Ich habe auf ihn reagiert gestern. Bruder, alle seine Videos sind orange. Ja. Gelb. Ich meine, Gelb, Bruder. Ich so, hä? Du hast ja recht. YouTube, hast du hier komplett? Ja, Bruder. Ich habe Shedover. Ist ja wirklich. Aber ich sage dir ehrlich, Bruder, ich mag deine Videos. Ich feiere deine Videos, sage ich dir offen und ehrlich. Und einen Kritikpunkt, Bruder, habe ich leider nicht. Leider nicht. Ich würde gerne helfen. Bruder, guck mal, ich schlieb. Guck mal, wenn ihr kritisieren wollt. Wenn ihr kritisieren wollt, kritisiert euch. Ich bin ein richtiger Missgeburt. Ich schmuck Todes zurück, Bruder. Ich bin ehrlich. Auch in der schönen Lehre, aber in der schlechten Umgebung. Ich schmuck auch. Ich schmuck Todes, Bruder. Ich schmuck halt nicht zurück. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Bruder, ich habe einen Kritikpunkt, Bruder. Deine Haare. Die sind ohne Spaß. Ja, ich bin noch umgeflägt. Bruder, seine Seiten haben Seiten. Seine Seiten haben Seiten. Seine Seiten haben Seiten. Ich sage immer, Bruder, deine Videos sind wirklich ... Also, ich habe auf diese Corona-Video reagiert, Bruder. Bruder, wie du das hast? Wie strukturiert das? Boah, ich dachte mir so, oha, das ist doch Kinofilm. Ist dann erst mal nicht gerade ein Steifen, ne? Oh, Walla. Danke. Danke. Sag was dir, Bruder. Es macht Spaß. Bruder, jetzt nachdem, was du mit E-Mail gemacht hast, hat sich, glaube ich, keine Videos. Ich habe eigentlich ... E-Mail ist rausgegangen. E-Mail ist komplett raus. E-Mail ist komplett raus. E-Mail ist komplett raus. Walla, wegen mir? Ich weiß nicht, die ist abgepackt. Ich weiß gar nicht, warum. Die ist einfach rausgegangen. Selko, die wird dir schreiben, du solltest das nicht einblenden. Das weißt du, ne? Ehrlich? Selko, die wird dir das schreiben. Mann, das ist nur Spaß. Boah, ich bin ein komischer Mensch. Ich verstehe mich selber. Nein. Es ist gut, dass du fährst. Es ist tatsächlich ein Schlimmes. Ach, ich habe alles schön und gut gejagt. Viel Spaß. Ah, dein bester Mann, Walla Walla. Schön mit deinem Podcast zu machen, Walla. Ich küsse deinen Arsch. Ich küsse deinen Arsch. Gell, geil. Okay, der zweite YouTuber ist auf jeden Fall Sami. Sami? Ja, Sami Sami. Ich küsse deinen Arsch. Ich küsse deinen Arsch. Secku. Ey, Secku. Und deinen ersten Beep auf Üke warmelst. Weißt du das? So, nein. Ey, Secku. Ja? Du hast gelickt. Komm. Ey, Ruma, Secku, bitte, bitte. Nimm das, bitte. Imen, Imen, Imen. Hast du wirklich gedacht, dass du dich mit anderen kannst? Du hast auch mal zu einer Zoom-Konferenz haben. Imen, Imen. Oh, Willi, oh, Willi. Geil. Ey, ich will bis der Kunde in das. Die wird dich eh wieder beruhigen. Das war doch Spaß. Der zweite YouTube ist auf jeden Fall Sami. Er ist Kusen. Lass uns mal anfangen, bitte. Ich fang mal kurz an. Okay. Und zwar, ich gucke seine Videos gerne. Ich finde, er ist einfach ein Kanacke. Wie soll ich sagen? Einfach ein Kanacke. Ah, Frankfurter, Bruder. Ja, ich sag... Komm, setzchen, setzchen. Ich feiere sowas brutal. Einfach ein Kanacke, der es geschafft hat. Das ist auch nicht so viel. Das ist auch nicht so krass. Sag ich mich ganz ehrlich. Bruder, soll ich dir mal meine Meinung zu Samy sagen? Wie Samy? Ich stelle mir Samy immer so vor wie so einen strengen Onkel, Bruder. So mäßig. Dass der nicht sehr oft die Komplimente gibt. Aber wenn der dir da ein Kompliment gibt, dass das so richtig schön ist, Bruder. Weißt du, ich meine? Ja. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, Bruder. Auf jeden Fall. Frag mal bitte... Aber witzig auf jeden Fall, Bruder. Ich hab mir für den sogar Twitch runtergeladen. Wegen dem doch. Wunder. Wunder. Wie geht's, wie der Samy findet? Seine Meinung zu Samy? Boah, mag ich gar nicht. Wunder Samy auf jeden Fall Herzenswege. Das wird schon abgeblasen, Bruder. Aber ich mache sehr guter Musik, aber auch sehr, sehr lustig. Aber mein Handy ist ausgegangen. Check deinen neuen Song ab. Ja. Mach da was. Mein Handy ist gerade auf uns. Seko. Ja. Seko Emil will noch ganz kurz. Weil mein Handy ist ausgegangen. Deswegen auf jeden Fall meine Meinung zu Samy ist auf jeden Fall so richtig lachgegangen. Hast du schon gesehen? Nein. Schon von seinen Frankfurt Vlogs. Mit Helm. Ah, dein Lachgegangen. Richtig lachgegangen. Aber Samy, ein Kritikpunkt. Samy, ein Kritikpunkt. Früher ein Aggressionsproblem und kickende Zeitbombe, unberechenbar, oder? Muckst du zu viel auf? Oder du weißt nicht, ob die Faust von dir irgendwo hier im Bauch landet. Frankfurter. Ja. Okay. Mach dann. Was sagst du über Samy? Ich hab Samy immer gefeiert. Ich feiere den auch immer noch. Der macht stabile Musik und so. Aber deine Reaktion auf mich war witzig. Ja, ja. Ich hab mein Handy zu. Guck mal. Ich hab mein Handy gerade gestellt. Nicht am Wackel. Und ich hab heute nicht so viel geredet. Dass es ihn. Weh. Ah ja. Danke. Ja. Der hat mich einfach geschossen. Der so. Auf einmal. Der macht seine Kamera selber so. Mit seinem Bild. Ey, Bruder. Und Samy an der Stelle, Bruder, der ist krass. Der wird mies unterschätzt von seinen Lyric her, Bruder. Wenn ihr mal den nächsten Samy-Song hört, Bruder. Achtet mal auf den Inhalt, Bruder. Und nicht zu sehr nur auf den Sound, Bruder. Wollah. Wie ist das selber im Nachhinein erst aufgehört? Ich hab Bon-Lyr, Bruder, auch nicht durchgenommen, Bruder. Ich hab Bon-Lyr seine Mutter durchgenommen. Ja, Bruder. Ich hab das durchgenommen. Und ich hab ein Video gemacht. Sein Quiz, Bruder. Hab ich mein Video darauf gemacht. Aber das Video ist auch... Also nochmal, Samy, wenn du das siehst, Bruder. Ich hab das gemerkt. Dankeschön für deinen Quiz auf jeden Fall. Ja. Und wir haben... Das war Samy. Und der nächste YouTuber ist wer? Der nächste YouTuber? Der nächste YouTuber? Der nächste YouTuber? Sagt mal irgendeinen YouTuber. Aus dem Hang. Aus dem... Unge! Irgendeinen, Bruder. Ey, LeChanku! LeChanku! Nee, Bruder, dann wird das Video gelb, wenn ich jetzt anfangen zu machen. Jemand, der interessant ist, ne? Ja. Einer, der juckt. Auch mäßig so. Aber ich weiß nicht, was der... Wer ist das Amiri? Nein, ich weiß nicht, was der jetzt gerade Musik klickt, wenn du über den redest. Wer? Scylla. Scylla? Einer, nimmst du mir ein Dremel, aber ich... Ich kenn ihn nicht mehr. Ich kenn ihn nicht. Jeder hört doch gerade über den. Deswegen Skandal, oder? Scylla? Ja, ich weiß nicht. Passt mich. Passt das Ding, was? Ey, ganz lang. Erzählst du gleich? Ja, du bist so ein typisches Schnell, warte. Wer denn? Irgendwann in der Szene, Pamke Monke, oder irgendjemand? Das ist das Ding, Bruder. Der Niemann in der Szene, Bruder. Der Niemann in der Szene? Ja, du hast das Ding, Bruder. Auf unserem Niemann in der Szene? Aus der Szene. Aus der Szene? Der Style, wo ihr herkommen müsst. Die Straße, die Straf, Aby, und... Sag du einen, sag dir einen. Adi Hakim, Let's Bekir. Ja, Bruder, die ist irrelevant, Bruder. Die haben keinen mehr. Ja, Bruder, Heeler. Pff, die Skarola, keine Ahnung. Das ist keine Ahnung, ich denke ich. Unge? Kennt ihr Unge? Unge? Ja, das hab ich auch eben gesagt. umnimmt. Der folgt mir, allein deswegen muss ich korrekt werden. Der ist korrekt. Was denkst du über Umhör, Ilya? Sei ehrlich. Was denkst du über Umhör? Bruder, weißt du was? Eines meiner Lieblingsvideos auf YouTube ist, Bruder. Jetzt ohne zu lügen oder zu übertreiben. Seine Reaction auf diesen Fidget-Spinner-Typ, Bruder. Ich lache mich immer noch trop. Bis heute, Bruder. Beschweren kann man sich da eher weniger. Das ist krank. Unge ist Papa-Typ. Ich feier den. Krank. Mach dann, du? Was denkst du über Umhör? Ich mag Umhör auch. Ich gucke nicht so auf seine Videos. Allgemein kann ich nicht so viel. Aber ich mag den. Ist auf jeden Fall sympathisch. Okay, Dings, hol mal Eiman rein. Und wir fragen mal Eiman. Eiman, komm her. Komm her, mein Hund. Hallo. Mein auch so Umhör. Umhör gespielt. Ich kenne ihn. Ich habe von Longboard-Tour und sowas. Boah, Minecraft gespielt. Ich war richtig Minecraft-Hörig. Und ich habe da schon seine Videos gemacht. Und ich habe mich richtig gefeiert. Diese Minecraft-Style, dieses Baud und so. Ich liebe dich. Aber ich habe noch damals, wo der Shitstorm auf Mediakraft gemacht hat, oder sein Netzwerk, wo ich habe da so gefühlt, ich habe Videos kommentiert, die so Hashtag, wie ging das nochmal? Freiheit oder irgendwie Hashtag. Ich glaube, Ilias und ich sind ehrlich OGs auf YouTube. Auf jeden Fall. Deswegen umgespielt auf jeden Fall. Okay, Leute. Wir haben gerade über die drei nächsten YouTube-Hörig geredet. Und zwar, Dankeschön an Machran, Eiman. Und Eiman ist leider nicht mehr da. Und Ilias und auf jeden Fall an ABK und Momopre auf jeden Fall auch noch. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. ABK, danke, dass du dabei warst, Bruder. Meinst du mich? Ja. Oder Quatsch, wie viele Gedanken. Bist du verrückt? Nein, ja. Und zwar, wenn ihr noch weitere Videos mit uns allen sehen wollt, lasst auch einen Daumen noch um da. Und morgen kommt mein Video online mit... Darüber rede ich noch nicht so viel. Und zwar, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.